Wie die Großen sitzen Sie im Landtag, die Volksschüler der 4. Klasse aus Offenhausen. Sie waren mit ihrer Lehrerin extra nach Linz gekommen, um den neuen oberösterreichischen Landtagskinderfalter vorzustellen. Viele Fragen zur Landespolitik, etwa wie wie viele Abgeordnete zählt der oberösterreichische Landtag? Was beschließen die Abgeordneten bei den Sitzungen, konnten die Schülerinnen und Schüler bereits beantworten. Für sie wurde Politik zu einer spannenden Angelegenheit, die viel Spaß macht. Ja, sie ist gut verständlich für Kinder, einfach super und ja, peppig, cool. Der Landtag ist spannend, ist interessant und es gibt viel zu sehen. Der politische Unterricht in der Volksschule wird jetzt auf jeden Fall leicht gemacht und Ratefans kommen auch auf ihre Kosten. Mit dieser Broschüre lässt sich einfach die Politik den Kindern viel leichter erklären. Sie ist einfach in kindgerechter, in peppiger Sprache formuliert und das kommt bei den Kindern voll gut an. Der gute Draht zu den Schülern ist der Landespolitik wichtig, denn es handelt sich um demokratische Grundprinzipien, die jeder kennen sollte. Öffentlichkeitsarbeit hat für den Landtag große Bedeutung und das beginnt bereits bei den Kindern. Wir haben das deshalb gemacht, weil wir die Kinder natürlich ganz speziell ansprechen wollen, in ihrer Sprache mit Bildern. Und die Besuche hier im Landhaus finden deshalb statt, weil Lehrunterrichte, die nicht nur in Büchern stehen, sondern die auch in der Wirklichkeit vermittelt werden können, mit Ansehen, Anschauen, bei den Kindern einen wesentlich größeren Eindruck hinterlassen, als wenn man das nur in der Schulklasse einmal gehört hat. Die Broschüre wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Schule, Agentur und dem Amt der Oberösterreichischen Landesregierung erstellt. Zu bekommen ist sie unter der E-Mail-Adresse besuch.landtag.gv.at Für die Schüler der 4. Klasse der Volksschule Offenhausen wird es übrigens nicht der letzte Besuch im Linzer Landhaus gewesen sein. Im Juni sind sie im Rahmen der Linz-Aktion wieder da.